Es ist mal wieder 13 Uhr und dann werfen wir natürlich auch heute wieder einen Blick auf den deutschen Aktienindex, der echt schwierig unterwegs ist, momentan ein Minus von 1%. Und ja, der DAX stellt so seine Fallen, das muss man ganz klar sagen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, welche Fallen ich meine und was ich mir denke, klären wir natürlich gleich. Wie immer gibt es aber erst den Risikohinweis, das Video stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da und natürlich ist das Video auch nur meine Meinung. Ja, apropos Fallen, was für Fallen meine ich? Ganz einfach, wenn man sich den gestrigen Verlauf anschaut, vielleicht habt ihr die Pfeile noch von gestern im Kopf, die wir um 13 Uhr oder 12.30 Uhr circa gezeichnet haben. Ich habe gesagt, der Markt hat das Risiko nach unten wegzubrechen, vor allen Dingen, wenn wir diese 16.550, 16.660er Marke nicht nachhaltig überwinden. Sonst könnte dann die Alternative im Grunde einsetzen mit einer Erholungsbewegung. Was soll man sagen? Der Markt hat gestern konsolidiert, hat hier immer wieder so eine, ich sag mal, im D-Trading-Bereich eine bullische Struktur aufgebaut, nämlich hier so ein bisschen leicht steigende Hochs, steigende Tiefs. Das Ganze dann aber mit einem Knall als bärische Flagge aufgelöst. Also da kannst du wirklich sagen, das ist so typisch Konsolidierung, typisch deutscher Aktienindex. Da wird wirklich auf beiden Seiten so viel wie möglich hin und her gezaubert, bis dann eben ein Knall kommt. Und mit dem Knall wird das dann kurz aufgelöst und dann natürlich das nächste Spiel. Der Markt denkt jetzt an dieser Stelle, okay, wir sind tief gefallen, die Kassatrader, also im Future-Markt konnte man das natürlich mittreden, aber im Kassamarkt nicht. Da gab es das Gap heute früh, sind quasi mehr oder minder überrascht worden, mussten alles über Bord schmeißen, weil es ja so dramatisch ist mit dem neuen Tief. Und was passiert dann? Gar nichts mehr. Der Markt bleibt erneut stehen. Ja, wir sind immer noch bärisch unterwegs. Ja, wir sind immer noch auf dem Tief unterwegs und unterhalb von 16.450 Punkten. Aber es ist keine saubere Trendbewegung. Es kommt nicht sofort was nach. Es gibt keine Dynamik nach unten. Das ist so ein wieder typisches Spiel, kennen wir von gestern. Große bärische Eröffnung, dann die Stabilisierung und das Ganze dann doch nach unten aufgelöst. Soweit erstmal der Rahmen. Also es ist wirklich ein sehr spannendes Bild momentan. Ich würde mal sagen, wir schalten dann auf den DAX Future, gucken uns den jetzt mal als erstes dann etwas genauer an, gucken mal wie das Profil da aussieht und wie es da heute aussieht. Man sieht hier die Konsolidierung. Wir sehen die großen Strukturen mit der Abwärtstendenz, mit der Korrektur und wir sehen, dass wir hier heute Nacht, wie gesagt, mit ein bisschen wenig Volumen, aber auf alle Fälle gab es die Möglichkeit hier nach unten zu handeln. Dann heute seit Casa Open Volumenausbildung auf dem Tief. Seit jetzt zwei, drei Tagen kommt der DAX halt eben unter Druck, hat hier eine kurzfristig bärische Struktur und hat auf dem Weg nach unten jetzt die nächste kleine Konsolidierung. Man muss jetzt zumindest mit Blick auf den Future zum Beispiel sagen und das trifft zum Teil auch auf den DAX zu, dass wir natürlich jetzt hier beginnend ab heutigen Tages hoch, da wo die Volumenschwache Zone ist, eine gewisse Widerstandszone haben. Sollten wir die überwinden, landen wir relativ schnell in der Volumenzone von gestern. Das ist auch die Volumenzone hier gewesen vom 5. Januar, also insgesamt ein relativ spürbarer Widerstand und mal jetzt, um hier mal Pfeile einzuzeichnen, im Grunde müsste der Markt hier auf alle Fälle erst einmal auch darüber ansteigen, Pullbacks machen und neue Hochs machen, um wieder auch im kurzfristigen Rahmen, zum Beispiel in der Abwärtsbewegung der letzten drei Tage Bullish zurückzukommen. Solange wir das nicht sehen, haben wir entsprechende Risiken. Letztlich aber, und das sieht man glaube ich auch relativ gut, zeigt der DAX Future jetzt nicht unbedingt die großen Unterschiede gegenüber dem deutschen Aktienindex. Wir haben das Gap gesehen, aber da gibt es jetzt nicht unbedingt nochmal komplett andere Strukturen. Deswegen, zurück auf den DAX, damit sich dann auch am Ende jeder wohlfühlt, der den Future vielleicht nicht hat, auch nicht Realtime hat, kann man natürlich beim Terminal oder im Terminal bei uns auch Realtime abonnieren, aber Realtime Daten kosten natürlich immer Geld. Ich persönlich würde den DAX Future tendenziell favorisieren, aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden. So, zum deutschen Aktienindex jetzt und zu den Verlaufsmöglichkeiten. Ich hatte es schon gesagt, übertrage ich das ganze Szenario auf den Index, dann wäre hier ein Anstieg auch über das gestrige Hoch nötig, mit den entsprechenden Optionen nach oben. Vom großen und langfristigen Bild nochmal neue Allzeithoch sehen zu können, lasse ich mich momentan immer noch nicht abschütteln. Aber, und das ist halt immer genau das Spiel, am Ende muss man wirklich ganz genau aufpassen, große und kleine Strukturen zusammen zu bekommen. Eine Konsolidierung, eine bullische Flagge kann drei, vier, fünf, sechs Wellen haben innerhalb der Flagge, ohne dass es bärisch nach unten durchgeht, also nicht dynamisch, dass wir aber trotzdem immer nochmal neue Tiefs machen und am Ende kommt doch die größte Bewegung nach oben. Das zeichnet ja Konsolidierungen aus. Lange Zeitphasen in eine etwas andere Richtung, um dann in kurzer Zeit in die ursprüngliche Trendrichtung zu explodieren und dann Dynamik aufzubauen. Und das ist ja genau das, was wir momentan auch sehen. Natürlich, mit jedem neuen Tief steigt konsequenterweise auch, dass die, ich sag mal, Bullen, die ja momentan in der Pflicht wären, dass die die Hoffnung verlieren, dass deren Stimmung kippt und wenn das passiert, das sind dann die, ich sag mal, Fehlaus- oder die Fehlflacken, die sich dann bilden, dann wird das Ganze dynamisch nach unten aufgelöst. Das muss man schlicht und ergreifend im Hinterkopf behalten und da sollte man das Ganze auch aktuell, beziehungsweise vor diesem Hintergrund, sollte man sich das auch aktuell, ja, vorstellen und denken. So, man sieht es dann auch hier, Chart-Technik ist auch eher eine Kunst und nicht unbedingt eine Wissenschaft mit auf die fünfte Nachkommastelle genau, aber die Flackenformation, Konsolidierungsformation, die läuft momentan noch und wir haben jetzt hier in meinen Augen die nächste wichtige Phase. Es ist der Stabilisierungsprozess. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, bezogen auf die Flagge, ist der deutsche Aktienindex, oder ich mach's mal einfach, weil er auch immer wieder mal viel erzählt und nichts gesagt in den Kommentaren steht, gut, so oft steht es nicht da, freut mich natürlich, dass die meisten von euch mit dem Thema Börse auch ganz gut klarkommen und auch das Ganze verstehen. Ich versuch's jetzt aber mal auch ein bisschen forcierter zu darzustellen, nämlich wie der Training-Technik-Standard. Und dann werdet ihr sehen, dass wir alle auf den gleichen Kurs gucken, alle auf den gleichen Kursstand, alle auf den gleichen Chart und trotzdem können zwei Leute zwei verschiedene Entscheidungen treffen, die beide sogar strategisch gesehen zur gleichen Zeit Sinn machen. Das ist nämlich immer eine Frage der Perspektive. Wenn ich ein mittelfristig, längerfristiger Trader unterwegs bin, wenn ich eine gewisse Risiko, Neigung und Freude mitbringe, dann ist der deutsche Aktienindex im aktuellen Preisbereich günstig, schrägstrich zu günstig und wir haben die Möglichkeit, hier einen Long-Trad zu platzieren. Mit dem Long-Trad, komme ich gleich dazu, visiere ich im letzten Ende sogar ein neues Allzeithoch an. Das heißt, wir haben hier Potenziale von 600, 700 Punkten. Diesen Potenzialen steht momentan, wenn ich jetzt direkt einsteigen würde, ein Stop-Loss von ca. 50 Punkten, 60 Punkten gegenüber, weil ich das am Tief absichern würde. Wenn ich ein bisschen warte, vielleicht noch den Ausbruch aus der Range, heute nach oben abwarte, dann verschlechtert sich ein bisschen mein Einstiegspreis. Aber nehmen wir mal ruhig 100 Punkte Stop-Loss. Dann habe ich immer noch ein sagenhaftes CRV von 6 zu 1, 7 zu 1. Leute, da könnt ihr euch eine Trefferquote deutlich unter 20 oder unter 30% leisten und habt immer noch einen guten Trading-Ansatz mit einem positiven Erwartungswert. Und nur darum geht es. Ihr könnt euch auf die Trefferquote forcieren. Ich habe ja morgen auch nochmal ein Webinar. Ja, da kann ich da gerne auch nochmal drauf eingehen, etwas intensiver. Ihr müsst das Grundprinzip verstehen, wie Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis zusammenhängen. Wenn ihr ein hohes CRV mit einer hohen Trefferquote kombinieren wollt, dann ist das ein schönes Wunschdenken, aber es wird immer ein Traum bleiben. Aber wie gesagt, dazu vielleicht morgen ein wenig mehr. Nichtsdestotrotz ist die Idee positiv, ist die Idee eine lukrative Idee, weil sie einfach einen positiven Erwartungswert hat. Das heißt, es ist eine Frage dessen, was bin ich für ein Trading-Typ? Was möchte ich gerne treten? Was für eine Risikoneigung habe ich? Und dann kann man diesen Tret anvisieren. Jetzt gibt es natürlich die anderen, wie mich, die zum Beispiel reine D-Trader sind und sagen, ich will meine Positionen nicht drei Wochen halten. Ich will auch nicht auf große Bewegungen spekulieren, sondern eher auf kleine Bewegungen. Dann sieht man natürlich das heutige Abwärts-Gap. Dann sieht man natürlich, dass der Gap-Bereich eine gewisse Widerstandszone darstellt, inklusive des Tageshochs. Und dann kann man natürlich sagen, je dichter wir uns den momentanen Hochs, den Widerständen nähern, desto größer wird meine Chance hier nochmal im D-Trading-Bereich auf der Unterseite zu agieren, mit einem zum Beispiel Ziel in Richtung 16.380 Punkte oder aber mit nochmal einem Ziel in Richtung Süden. Auch das ist absolut legitim und eine mögliche Variante. Nun treffen hier halt zwei Welten aufeinander. Der eine ist der kurzfristige Spekulant, der andere ist der eher größere Trader. Und selbst wenn jetzt jemand da ist und sagt, naja, ich handel die großen Strukturen, für mich ist diese Flaggenformation der Startpunkt eines großen Abwärtstrends. Und ich nutze das Ganze jetzt, um auf einen Kurseinbruch von 1000 Punkten zu spekulieren. Auch dann habt ihr spannenderweise einen positiven Erwartungswert. Ihr müsst es halt nur strategisch durchziehen. Ja, jetzt habe ich am Ende wahrscheinlich wieder viel mehr Leute verwirrt als entwert. Ich hoffe aber, ihr versteht es. Wenn nicht, spult das Ganze nochmal zurück. So funktioniert am Ende auch die Börse. Und wie gesagt, dazu dann auch gerne morgen im Webinar, was ich nochmal verlinke unten, etwas mehr. Aber das ist momentan mein Stand der Dinge. Wenn ich rein von den Wahrscheinlichkeiten ausgehe, kann man sagen, große Gaps im deutschen Aktienindex bleiben am Tag, an dem sie geöffnet werden, relativ gerne mal offen. Sprich, wir haben heute im kurzfristigen Bereich eine eher bärische Chance, Schrägstrich Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, den Erwartungswert, den solltet ihr als Trader im Fokus behalten. Deswegen ist hier der blaue Pfeil mal so ein bisschen nach unten dargestellt. Im Grunde selbe Spiel wie gestern. Vom Gegenteil muss man mich dann von der Wahrscheinlichkeitsseite her erst einmal überzeugen. Trainingtechnisch habe ich das Ganze hoffentlich euch ganz gut erläutern können. Ja, soweit dann dazu. Soll es dann aber auch gewesen sein. Ihr könnt mir wieder mal gerne auch Feedback in den Kommentaren geben. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ich lese, wie ihr wahrscheinlich merkt, auch jeden Kommentar durch und beantworte gerne auch immer nochmal Fragen dazu. Nichtsdestotrotz drücke ich euch für eure Entscheidungen heute die Daumen, wünsche gutes Gelingen und viel Erfolg.